Ich habe mir noch mal geschrieben, er hat gesagt, er hat eine Nachricht nicht gesehen. Schick mir deinen Standort. Wo locken wir ihn hin? Hallo. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja. Oh mein Gott, das wird jetzt unangenehm. Das ist noch nicht meine Position. Willst du einfach so ein Foto auf der Bank? Was meinst du? Willst du einfach so ein Foto auf der Bank? Achso, wegen dem Foto. Ja, warte mal, hock dich mal kurz. Ich muss es noch überlegen. Geht es, dass wir das hier auf dieser Pipeline machen? Auf was? Auf dieser Pipeline hier, auf dem Skate-Ding. Ja. Da geht es. Und weil ich müsste dann noch mein Motorrad kurz holen. Ja, mach. Okay. So warte ich jetzt. Ja, easy. Ja. So warte ich jetzt. Da geht es.